So, es ist Zeit, den Porkchops mal ordentlich auf die Fresse zu geben. Das wollte ich auch schon immer mal sagen. Fresse! Und zwar in, ähm, hieß das Spiel Superball, ich hab den Namen vergessen. Du, Superball, es steht doch in der Mitte, verdammte Scheiße. Wo steht das in der Mitte? Ach so, ein Wald. Warum schreit du nicht den ganzen Terran? Unsere Netzwerker, Nick O. und Sam B. Schöner Wichser, ich bring dich auf. Zusammen mit David von Loretz, richtig? Richtig. Da sollte man unbedingt in eure Verlinkung gucken, oder in unsere, oder in irgendeine. Es geht um Fußball, Chaos-Fußball, supergeiles Fußball, geiles Spiel, geile Scheiße. Das Spiel hat einfach angefangen und wir springen um den Ball rum. Also, sehr zu empfehlen, wenn ihr auch mal spontan kurz eine Runde zocken wollt. Also, es geht rassfatz, so ein Server aufzusetzen. Überhaupt kein Problem. Gut. Stürzt mir ab, das sollte eigentlich auch nur ein anderes Spiel machen. Ihr habt Anstoß. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und Link zum Spiel unten auch in der Beschreibung. Genau. Es kostet den los. Richtig. Achso, hier ist der Feste da rein. Und es ist noch in der Alpha. Wer ist immer uns Keeper? Nein, Andi. Ich bin rüber gesprungen. Ich bin bei uns Keeper. Nick O. renn zum Ball. Weg. Ja, danke. Ich brüß mich auch noch. Zirkel. Ich bin vom Tartoff, hat dich gescheit. Hier bist du mich. Ja, der fickt mich raus, doch super. Wo ist der Ball? Da, hier, hier. Sam B hat den Ball. Christian B. Passen, Christian. Passen, Christian B. Ich bring dich um. Das passt doch. Sam. Ich fähre den Ball doch. Christian, passen. Nach vorne. Oh shit. Was hast du denn da? Oh Gott. Alles gut. Nein, alles gut. Alles gut. Das Ding. Wo ist die Pille? Oh, Gottes Willen, ey. Ah, der Boss-Player hat Abstoß, Abstoß. So, jetzt muss ich taktisch passen. Hier, pass. Pass mal taktisch, ey. Verkackt. Nein. Nichts ist. Nein. Nein, doch. Christian, das ist mir geht. Da hast du Christian. Passen, passen, passen. Nein. Nein, du Vollidiot. Ich hab gepasst. Zack, wenn du dich fangen kannst. Ja, ich fühl dir gerade. Ey, Strafjumping funktioniert auch. Ja, ja. Suri. Nein. Christian, das bist nur du. Andi. Christian. Ja. Du Vollidiot. Andi, jetzt bist du im Tor. Wir haben langsam abgedrückt. Ey, High Five, High Five, High Five. Es geht mal rüber. Hier, Christian, erst mal zurück. Oh. Kommst du, Thron. Oh. Keiner Ferscher. Was war das denn für ein Pass, Alter? Ja, das war kein Pass. Das ist das Problem. Es geht mal an Passen, wenn ich überhaupt... Oh. Oh. Nein. Oh, Leute. Ich geh mal ein Stück darüber. Rub ihn um. Der hat nur noch eine Energie. Oh, das passt doch. Ah. Scheiße, falsche Taste. Der hat... Oh, Nick. Oh. Oh. Und tschüss. Christian. Abhäen. Man muss auch mal entfernen. Kommt her. Kommt her, ihr kleinen Pösser. Kommt her. Geht drauf. Sam, wie will auf die Schnauze. Ja, auf sein Bier zu lassen. Alter. Christian, pass jetzt schnell. Oh Gott. Oh Gott. Kommt, David. Kommt, David. Die lauft. Keine Chance. Die steht viel zu schnell, um sich auf irgendwas zu konzentrieren. Ah, du Abbi. Ja. Ja, du haben wir auf die andere Seite. Das Ball trifft es ganz gut, ne? David, geh mal ins Tor. Nein. Das kann doch gar nicht funktionieren. Boah, man muss es doch mal versuchen. Oh. Weil Nick O. Ja, scheiße. Guck, Nick O. Macht solche Sachen. Andy. Ja, gut. Ist Randy, was tut? Ist eine Hintertrasse? Was Andy da tut. Christian, hol die dir. Du hast gute Chancen. Pass auf, Sam B. Von hinten. Du Sack. Komm, wir schaffen das. Oh, jetzt zaubern sie. Nein. Ende mit dem Tierraum. Warum sprichst du die Finger, David? Nein. Nein. Hast du Kier? Hast du Dorn, Kier? Nein. Sam B. Komm auf, Bier. Nein. Sam B. Nein. Nein. Ich weiß mal gar nicht, wer den Ball hat. Die K. K. Was? Warte, warte, warte. Warte, warte! Ja, warte, warte, warte! Und dann, was? Ja, warte, warte, warte. Andy, hier. Linke Seite. Oh. 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 Ja! Ja! Mann, Mann. Ja! Das ist schlecht, Mann. Ich hab nix dran beigetragen. Oh der Kack-Loops ein Tor. Ich wollte diesen Minecraft-Spieler noch mal ne Chance geben. Ich glaub mit Nick O haben wir jetzt was. Was soll das denn? Wir haben kein Keeper. Wir haben kein Keeper. Was? Aua. Aua. Das war ein, da konnte ich echt die 2 Hände, da hat er echt gezaubert. Ja, er hat dir die Fresse poliert. Die Fresse hat er dir poliert. Alter, er hat mir aufs Maul gegeben, Sambi. Ja, aber du mein Auto benutzt. Das ist der Ball. Das Problem hab ich an Dauern. Ich weiß nicht wer oder was den Ball hat. Aber da ist doch ein Radar oben. Ja, hör auf. Das Radar ist vor allem auf deinem Cursor. Auf deinem, äh, äh, äh. Linkser Kreuz. Zwie Kreuz. Nein! Ah, Neil! Nein! Oh! 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 Okay. Okay. Was? Kiwi! Kiwi! Kiwan! Nein! Ah! Der war einfach too long of a shot. Alter, ich war fast drin. Ich war fast im Tor. Oh, ich bin wieder gestackt. So ne Scheiße. Jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. End. Ah! Jetzt bin ich wieder frei. Ah! Äh! Wieso hatte ich denn Ball? Alter! David! Kämpfisch! Alter! Oh fuck! Ja, ich seh ihn! Ich seh ihn! Ich seh ihn! Sehr gut! Was soll das denn immer, Alter? Ich glaub, er ist cool, weil er so angedrillt ist. Zu Kiwi, ey! Nein! Der kommt dann immer so hoch, ey! Ah, Kiwi, wenn du so fickst, wie du Fußball spielst, ne? Ey, das wär das auch nix. Nein! Oh, nein! Scheiße, scheiße! Das ist ein! Passt noch! Nein! Passt, ey! Wo ist das? Sam B liegt für ein Glück am Boden. Bin ich oben? Ah! 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 Was passiert dahin? Oh Gott, im Ball, mein Zump! Ich bin auf! Nick O hat's! Nick O holt ihn sich! Nick O! Und das wird's! Wow, 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 wow! Hallert, aber ich hab Nick O ihn weggenommen! Ja, Arschloch! Das ist halt aufs Tor zu schießen! Nö! Einmal nach links! Das ist kein Schub da, um das noch mal kurz anzumerken! Das ist kein Schub da, um das noch mal kurz anzumerken! Das ist doch ein Tor, Alter! Danke! Dann geht's Tor, du! Zirkeln hier rein, Bitch! Ah! Das nennt sich aktives... Ja! Du Held! Du Held! Was war das? Früher hat man sowas Fliege genannt, oder so. Danke! Hier! Ich seh'n nichts! Ich seh'n einfach nicht! Ich war so dick am Rotieren, Alter! Passen, passen, passen! Was soll denn das immer? Hey, was soll... Boah! Was ist das denn? Du Kack-Luf! Ja, Sam! Schönes Ding! Schönes Ding! Von Wolli! Der Stall hat einen Schuss, der drauf ist, Sam! Hier rüber! Ja! Er will dann... Ha! Der war gut! Boah! He! 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 Jetzt komm ich! Jetzt komm ich von hinten! Mach schnell was! Mach schnell was! Boah! Boah! Schönes Ding, aber! Du musst halt echt, glaube ich, Trinjen, da kannst du richtig krasse Matches spielen, wenn du das drauf hast! Oh nein, oh nein, dass die mit dem Tor krass... Die haben schießt! Direkt schießen! Das ist aber schön, dass du die ganze Zeit hin und her... Erstmal direkt fangen ist die Aufgabe! Du musst direkt schießen, wenn du so richtig vom Tor bist! Wie kommt das? Das funktioniert! Kilian! Kilian! Flanke, Flanke, Flanke! Das ist kein Keeper! Nein! Stopp! Nein! Andi! Wechsel! Warte, warte! Was soll das denn? Nicht, dass sie direkt drauf schießen! Andi! Warte, 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 warte! So, warte, warte! Nicht, nicht! Du! Oh! Wo ist denn der Ball hin? Ja! Kiwi, Kiwi! Ich... Einfach immer mit linker Maustaste drauf halten, ne? Alter! Andi! Das war ein bisschen zu sehr angedreht, was? Du kannst mit dem Mausrad ja auch noch diese flachen und hohen Bälle, aber das ist mir alles zu tricky. Viel zu kompliziert, viel zu kompliziert. Die ist ja nicht in der Lage besser. Christian, pass! Christian, pass! Sehr gut, neun! Lauf! Er hatte mich schon gefoult, der Arsch. Ja, kannst du mal sehen. Niko! Oh! 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 Was macht ihr da eigentlich? Was schießt du denn? Was schießt du denn? Jan, pass zu mir, pass zu mir, pass zu mir! Zu mir, oder? Zu mir! Oder zu ihm! Aber schön, wie du ihn auch fangen wolltest! Pass auf, Nick! Christian! 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 Hey! Kann das angehen! So! Geh du ins Tor! Los! Geh du ins Tor! Ich geh raus! Ich bin in meinem Tor! Ich bin in meinem Tor! So, stopp! Christian, stopp! Warte! Stopp! Lauf nach rechts! Die flankieren! Das wissen die ganz! Ja! Was? Nein, du Vollidiot! Lauf, lauf, lauf! Oh, Nick! Oh! Oh! Was wollte der schon sein? Weil du so ewig gebraucht hast, dich frei zu laufen! Was? Die waren bei dir? Ja, aber du wusstest... Ja, was wollte ich denn machen? Oh! Sehr gut! Das war scheiße! Ich wollte echt aufs Tor schießen! Ah, da war da jemand im Weg! Oh! David haut einfach immer nur drauf, aber... Und? Ha! Ha! Und Kilian... Also Kilian... Du kannst nicht fangen! Der kann nicht fangen! Jetzt geh mal wieder nach vorne, der! Ah! Verteidigen! Das Fangen ist aber so schwer! Ich glaub, das ist nicht schwer! Oder Steuerung! Je nachdem! Fang doch! Wiiiihihi! Warst gerade zu weit hinten? Nein, Mann! Doch! Muss der Ball sehen nicht! Der Abfall? Oder wie? Konnte man ihn nicht noch irgendwie ansaugen? Ja, mit der Ausführungsflatten! Achso! Ich mach das immer ohne! Ja, das erklärt auch einiges! Das hat am Anfang doch gesagt! Hier! Ich! Ja, ich sehe nichts, wenn er mich foult! Ja! Das ist mal gleich nochmal! Pass mal auf! Samvie! Pass auf, was du sagst! Samvie! Was? Da bin ich doch gerade! Ich wurde angenockt! Kira lacht doch, hinter dir ist Zamp! Oh! Oh! Du bist Arschloch! Ich hab ihn geflankt, Andi! Du musstest verwandeln! Das war keine Flanke! Das war ein cooler Punkt! Ah, wo bist du? Ey! Wie kam er denn an? Andi! Äh, David! Äh, irgendjemand! Andi! Irgendjemand! Andi, wir machen das nicht! Schieß doch! Hab ich! Ich hab den Ball vergessen! So, ich bin zu! Ja! So! Hier Christian! Lauf doch! Machst du mir auf den Ball! Lauf doch! Lauf doch! Lauf doch! Lauf doch nach vorne! Johnny! Lauf doch nach vorne! Hör auf! Lauf doch! Ich fass ihn zurück! David, Achtung! Ich! Oh! 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 Ich hab dir das mit Ansagen gesagt! Jetzt legiert die auch noch! Christian! Lauf! Nein! Lauf hinten durch! Lauf hinten durch! Nein! Lauf hinten durch! Nein! Lauf hinten frei! Wo ist der Ball? Ich hab ihn irgendwo hingeschossen, glaube ich, tatsächlich. Darf ich? Passen! Passen! Oh! 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 Okay, so kommen wir nicht voran! Okay, so kommen wir nicht voran! Du kannst doch über mich spielen, Andi, also, ne? Ja, klar. Aber ich hier davon. Hey Mann, Mann, was du kannst... Der ist da auch ... Hilf dem auch nicht. Er ist ein Spiel! Flankt doch, Junge! Fricht doch nichts! Fass ihn hier rüber! Immer noch! Fuck it! Fang ihn doch! Mensch, schlaffen. Hier, schlag mich mal, David! Hm? Danke. Weil manchmal bin ich irgendwie gestackt, dann kann ich mich nicht bewegen. Fangen? Oh nein! Nein! Du bist doch sauweit hinten! Wo soll ich denn hinflangen? Pass doch mal! Pass doch mal! Jaaaa! Passen ist aber nicht dein Ding, ne? Dann ist das ein Pass und keine Flanke, verdammte Scheiße! Dasselbe! Na komm her! Nein! Ein Pass ist Schlag! Los, Sam! Hol ihn dir! Fangdäumen! Das ist ein ganz schön knappes Ding, ne? Wenn du sowas machst Alter, ich bin behindert zum Einsaugen Ich bin nach vorn, Nico! Ich bin nach vorn! Zacken! Nein! Das war aber schön grundsätzlich! An sich schön, aber... Grundsätzlich! Vom Ansatz her war's gut, aber... Grundeck den nicht! Verarsch dich, die ganze Zeit! Aua! Alter, der Torwart, kann der ihn einfach umhauen, oder was? Wenn du im Strafraum bist, im Strafraum schon! David! Gib rüber! Der schießt immer! Nein! Samby, Samby! Ha! Nein! 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 Schieß! Das machen wir nochmal! Rüber! Aus! Boah! Wann geht's so? Christian, zurück passen! Ey! Christian! Mach doch mal! Alle hier! Wo ist der Bein? Pass auf die Seite! Oh, Nick! Oh, Nick! Oh, Nick! Oh, ich steh ganz alleine! Oh, Toilu! Ah! David! Setz zum Nachschuss an! David! Gigantischer Nachschuss! Ich mach die ganze Gieren! Hey! Ich hab ihn direkt vor mir angesaugt! Und hab ihn nicht bekommen! Verfick dich! Oh, du Idiot! Jod! Jeder kriegt es hin! Nein! Ah! Du bist so ne Nullpel! Hier müsst ihr gar nicht! Ein Sturm ne Nullpel! Hinten ne Nullpel! Überall ne Nullpel! Die haben seinen Fels! Da kommt der Ball nicht! Und die zwei bleiben auch den EW rüber! Ich möcht' nicht sagen, aber unser Antis ist einfach der Sacker einfach! Ich hab irgendwo nen Ball hingeschossen, weiß ich! Kommt der Ball? Ich seh' nicht! Alter, ein bisschen zu viel angedreht, ne? Antis, was war das denn? Oh, bist du zu viel angedreht, wa? Christian, du bist nicht im Tor! 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 Nein! Das war... Das war... Ja, das Tor war frei, aber... Dig! Achtung! Mein Machiii! Hallo! Du Drei Tag! Und ihn weg als Poop! Du Nullpel! Du Nullpel! Aber es ist sehr ausgeliefert! Ja! Ficker! Lauf das gut! Ach, schluck, schluck! Weg, weg, weg! Ey, wo war denn der Ball? Wo ist der Ball hin? Weg! Weg! Aber ich hab' Däumen K.O. geschlagen! Das ist schon was wert! Ich schieß... äh, Kiwi! Ne, alles gut! Wow! Wow! Ich glaub' der geht aus! Weg! Okay! Andi, warum passt du zu Kilian? Nicht! Äh, nein! Ich meine, warum passt du zu mir hin? Donk, donk! Damit Kilian ihn auch mal direkt kriegt, damit er nicht immer fangen muss! Ja, aber ich hab' das Gefühl... Leute! Super gut! Hey, was? Er hat mich direkt rausgewehrt! Lauf, 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 lauf! Nein, du Arschloch! Passt! Passt! Oh Gott! Nein! 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 Lass das! Hör doch auf! Nein! Ja! 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 Nein! Niko! 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 Christian, du hast eine ganze Idee! Lauf nach vorne, Christian! Da ist keiner bei dir... Verkack das nicht! Pass, 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 pass! Du voll die Lohn! Du voll die... Ja! Ja! Komm! Ja! Warum bist du hochgesprungen? Zimby hat mir das Tor besorgt! Er ist so ein geiler Typ! Du bist so ein 9! Nöten! Nöten! Alter! Nein! Tor! Was ist das Problem? Oh, Andi! Du hättest sagen müssen, ich passe jetzt! Dann hätte ich ihn früher ansaugen können! Pass doch! Aber was soll ich machen?! Wo geht der hin? Wo geht der hin? Wo geht der hin? Ich hab irgendwie keinen Raum vorstellung! Oh, fast! Nein! Ich komm nicht ran! Nein! Bitte! Äh, Latte! Oder wie... Ja, Latte! Eine Steilpolare! Du kriegst nix gebacken! Mach was draus! Du bist... Du bist... Hör auf! Pass doch! Du passt nie! Pass nicht schießen, Alter! Unfassbar! Der hüpft doch immer! Schüsste! Pass! Alter Sam, wie schießen wir die ganze Zeit den Ball zu? Ah, Nick auch! Ja! Ja! Echt?! Ja! Ja! Was hast du gerade... Ich habe aber gedauert, Alter! Mein Gott... Man, wir hatten die Führung kurz vor Ende, du Lappen! Billen, billen, billen! Nicht getoren! Äh, ich konnte nicht... Christian, acht, ne schießt! Ui! Abgewehrt! Nein! David! Zu mir! Zu mir! Zu mir! Wieso passt eigentlich keiner von euch?! Ich hab gepasst! Das war nur zu kurz. Das war ein Pass. Ich bin wieder frei. Andy, wieso hast du das gemacht, was du getan hast? Gerade das. David, die rechte Maustaste zum passen. Rechte Maustaste zum passen. Oh, 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 oh. Der konnte aber klappen können. Nice. Schieß direkt. Ja, wenn ich ihn bekommen hätte. Ich möchte nicht sagen, ihr sollt euren Stürmer irgendwie auswechseln. Das sagt der Richtige. Oh, oh, oh. Christian? Sehr gut. Ich hab... Da, da, da. Ja. Das ist 44 Sekunden. Das darf nicht mit einer Unentschieden enden. Toll, wir müssen... Vielleicht gibt's ja Elfmeterschießen. Das wär witzig. Nein! 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 Alle nach vorne. Alle nach vorne. Nein, die alle nach vorne. Auf hinten, die alle nach vorne. Was tut ihr? Nein! Ah! Oh Gott, der hinten ist der Ball. Nein! Nein, das steh ich neben dir. Okay, Liko, steh ich neben dir das Tor. Lauf, lauf! Wir haben 30 Sekunden. Alles ist gut, wir haben 30 Sekunden. Alles ist gut. Wir haben 30 Sekunden. Alles ist gut. Alles ist gut. Wir haben noch ruhig jetzt. Es gibt doch schon... Ich geh auf Sam B, Sam B! Nein! Wollst du ihn einfach weg, Mr. Will? Nein! Warte! Warte! Wo bin ich denn? Warte! 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 Nein! Ich bin da! Nein! 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 Oh, wir haben gewonnen, glaub ich. Scheiße! Alter! Rematch! Das schreit nach nem Rematch. Ja, aber nicht in dieser Aufnahme. Wir haben gewonnen. Alter, am Ende war ich so richtig zu meinen. Ja, 0 für des Tages war übrigens Sam. Spieler des Tages war natürlich ich. Aua! Der Restens. M.P. und Dick Auer haben geversagt. Es geht nem Rematch, ihr Wichser.